Eigentlich schon. Du machst es fein. Du machst es fein. Wenn du eine Ausstellung draußen hast, dann geht es. Das ist super. Aber wenn es da drinnen ist, ist es furchtbar. Ja, bei so einem Platz. Super. Wobei damals die Ausstellung war das THS noch. Da habe ich ja THS immer. Das war auch sehr schön. Ja, aber es war auch eine Ausstellung. Das war auch eine Ausstellung. Geil. Das war echt. Gotti macht das ja ganz toll. Noch mal. Oh, noch mal. Jetzt kriegen sie den Kupfelschirn. Hammer. Das ist geil. Jetzt hat sie den anderen Kupf genommen. Du bist ja fein. Du bist ja fein. Du willst schon mitspielen. Au. Au. Schick. 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 Schick.